Ja, erst mal schönen guten Abend aus Hamburg. Mein Name ist Birgit Stratmann vom Netzwerk Ethik Heute. Herzlich willkommen zu diesem Online-Abend. Danke für das große Interesse und vielen Dank, Stefan, dass du trotz vieler Verpflichtungen diesen Abend gestaltest zu diesem wichtigen Thema. Das Thema ist heute und auch am 5. Mai die Klimakrise, und zwar aus Sicht der Psychologie. Und diese Perspektive wird in der öffentlichen Diskussion wenig einbezogen. Es ist aber klar, dass die Erderwärmung nicht nur mit Wirtschaft und politischen Entscheidungen zu tun hat, sondern auch mit unserem Lebensstil und mit vielen kleinen Entscheidungen, die wir als Einzelne jeden Tag fällen. Und ich erhoffe mir von diesem Workshop, dass wir verstehen, dass wir alle Klima machen und wie wir Schritte zur Veränderung tun können. Jetzt möchte ich Stefan Ruf kurz vorstellen. Er ist Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie und arbeitet als Psychotherapeut mit den Schwerpunkten Traumatherapie und Borderline. Er ist Mitbegründer und Co-Geschäftsführer der MEANDER Jugendhilfe in Potsdam. Das ist eine therapeutische Lebensgemeinschaft für Jugendliche mit Trauma, Folgestörungen und ähnlichen seelischen Krisen. Und wie er mir erzählte, ist die Klimakrise etwas, das junge Menschen zusätzlich belastet. 2019 erschien sein Buch Klimapsychologie Wege zu einem atmosphärischen Bewusstsein im Info3 Verlag. Und aktuell haben wir auch ein Interview mit ihm auf unserer Website Klimakrise Was ich tue, hat Auswirkungen auf die Welt. Jetzt gebe ich gerne ab und schalte mich stumm. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Einleitung. Und wenn ich die höre, werde ich doppelt nervös fast, muss ich sagen. Also zum einen finde ich sehr herausfordernd, eben gerade für diese Frage der Psychologie, wo es ja sehr um Beziehung und Beziehungsgestaltung geht, sehr herausfordernd, eben das digitale Format. Aber das Bejammer, das kennen Sie alle. Trotzdem, es bleibt ein Fakt. Und ich sage es nur einmal jetzt kurz zu Beginn. Also an sich ist es gerade bei dem Thema so wichtig, dass man sich begegnet, dass man sich spürt, dass man eine Wahrnehmung hat für die gemeinsame Atmosphäre, die man bildet. Und die haben wir jetzt eben halt nur unzulänglich. Und ich werde aber eben, damit zumindest so ein klein wenig eine Resonanz spürbar ist, so vielleicht in 20 Minuten nochmal fragen, wie geht es Ihnen gerade damit? Und wie lange können wir es machen? Je nachdem, mache ich es länger oder kürzer, diesen Input, sodass zumindest eine kleine Resonanz da ist. Das Zweite, warum es ziemlich herausfordernd ist, also das, was mein Ansatz an der Sache ist, hat zum einen mit dem Versuch eines Verständnisses, eines Störungsbildes zu tun oder eines Trauma-Verständnisses, was wir Menschen vielleicht alle gerade auch ein Stück weit in uns tragen in der heutigen Zeit, was unsere Beziehung zur Erde, zum Erdorganismus anbelangt. Aber es hat auch mit einem Potenzial zu tun, mit einem potenzialorientierten Ansatz. Psychotherapeuten sollten ja nicht nur auf das Negative gucken, auf das Trauma, sondern sie sollten eben auch auf das Potenzial gucken. Also was trägt, was ist da zukünftig, was ist da zu entwickeln? Und darüber werde ich heute auch hauptsächlich sprechen und im zweiten Teil sogar viel eher und mehr auf das Trauma gucken. Aber warum ich eben auch ein bisschen nervös ist, eigentlich darf man darüber nicht nur sprechen, sondern an sich muss man da immer auch Übungen dazu machen. Begegnungsübungen oder Bewusstseinsübungen. Und das geht jetzt natürlich online auch schlecht. Also ich kann es eher so ein bisschen erst mal theoretisch schildern. Das werde ich versuchen. Und das Dritte, warum ich aber auch ein bisschen nervös bin bei der Einführung ist, ja, die Psychologie ist ein ganz wichtiger Pfeiler in diesem Geschehen und sie ist total unterbelichtet bis jetzt, was aber hauptsächlich, finde ich, an meiner Zunft auch liegt. Also die hat da bis jetzt wenig Zielführendes dazu erarbeitet, was aber eben auch wiederum an der komplexen Thematik liegt. Und insofern will ich überhaupt nicht jetzt hier stehen und Erwartungen wecken von am Ende des Seminars, wissen wir eben, wie wir ins Handeln kommen und wissen, warum wir es nicht waren und so. Ich hoffe, wir können gemeinsam noch mal ein paar Aspekte von den vielen, die Sie eh schon wissen, vielleicht noch mal ein, zwei Aspekte dazusetzen. Das wäre schön. Also sonst wäre es ja verschwendete Zeit für Sie. Aber natürlich ist das ein komplexer Prozess und im Leben werde ich jetzt hier nicht in ein Seminar reißen, wo am Ende alles fließt und alles klar ist. Das wissen Sie selber, aber ich will es einfach auch noch mal gesagt haben. Und ich soll ja nicht Sie sagen, sondern ihr seid per Du hier, nicht? Gut, also mein Ansatz heute ist eher ein potenzialorientierter. Ich will im ersten Teil meines Vortrages noch mal zeigen, wie kompliziert das eigentlich ist, wenn man versucht, sich wirklich in einem Beziehungserleben der Klimafrage zu stellen. Also wirklich hinzuschauen, so hinzuschauen und so in einer Beziehung auch mit dem Erdorganismus und dem sozialen Organismus, den wir gerade eben bilden, zusammen zu sein, dass wir in ein gutes Handeln kommen. Ich will eben in diesem ersten Teil zeigen, dass das total herausfordernd ist und dass es nicht nur ein Mind-Acting, also ein Kopf-Handelsproblem ist, sondern dass es wirklich ein komplexes Problem ist, wo es eigentlich darum geht, wenn man das gut machen will, dann muss man in eine andere Wahrnehmung der Welt kommen und man muss eben auch ganz schön viel innere Tragekraft entwickeln und man muss auch eine Form von Denkkraft entwickeln, die eben hilft, systemisch und chaostheoretisch zu denken, was eben nicht unserem normalen Alltagsdenken entspricht. Also ich will im ersten Teil zeigen, dass es wirklich eine ganz schön herausfordernde Sache ist und im zweiten Teil des heutigen Abends aber zeigen, dass in der Menschheitsgeschichte es schon immer, also schon etliche Shifts gab oder Transformationen gab, wo eben Gesellschaften sehr wohl in der Lage waren, die Welt ganz anders und ganz neu wahrzunehmen und dann eben aus einer ganz neuen Weltwahrnehmung auch in einen neuen Weltbezug und in ein neues Welthandeln zu kommen. Dazu werde ich vor allem eben Gapsers Transformationstheorie ein bisschen hier zu skizzieren. Okay, fange ich mit dem ersten Teil an und dazu müsste ich jetzt noch mal genau meine PowerPoint einkriegen. Der Bildschirm ist noch freigegeben. Das ist super. Sieht man da jetzt irgendwas? Ja. Man sieht jetzt das Klimapsychologie, atmosphärisches Bewusstsein, die erste Folie. Super. Gut. Ich habe mal versucht zu skizzieren, welche Komponenten ein menschliches Bewusstsein bräuchte, aus meiner Sicht mindestens bräuchte, um in der heutigen Zeit mit der Herausforderung der globalen Klimakrise angemessen umzugehen. Und man kann das ruhig erweitern, auch auf globale andere ökologische Krisen und kann es ein Stück weit sogar erweitern auf andere globale soziale Krisen. Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo immer mehr Menschen auch sagen, also von der transformativen Qualität dieser Zeit stehen wir der Renaissance und diesem Bewusstseinswandel von Mittelalter zu Neuzeit eigentlich in nichts nach. Und diese These würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich würde sie fast sogar noch ein bisschen größer setzen wollen. Vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Aus meiner Sicht brauchen wir im Moment wirklich mindestens fünf Komponenten in unserem Bewusstsein, die alle das 0815-Alltagsbewusstsein oder das moderne menschliche Bewusstsein transzendieren, also die da drüber stehen, mindestens fünf Bewusstseinsqualitäten. Und die will ich kurz skizzieren oder kurz andeuten. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr und mehr die Komponente eines dialektischen Bewusstseins, um die Klimakrise gut handeln zu können. Und was heißt dialektisches Bewusstsein? Dialektisches Bewusstsein heißt die Fähigkeit, gleichzeitig quasi innerlich halten zu können, Verzweiflung und Hoffnung. Also gleichzeitig quasi in sich die Emotionen und Gedanken halten zu können, die ausgelöst werden, wenn man eben hinschaut im Moment auf die Entwicklung, die Klimakrisenentwicklung. Und wenn man da eben hinschaut, wenn man da wirklich hinschaut und nicht träumerisch hinschaut oder sanguin hinschaut, dann ist es ja schon so, wie auf der linken Slides Hälfte beschrieben, also dann ist es schon so, dass es einen ganz klar zum Verzweifeln bringen kann. Denn Klimaziele Richtung 1,5 Grad sind total unrealistisch. Wir alle wissen, was Kipppunkte bedeuten. Und insofern ist nach gegenwärtigem Stand auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass wir auf ziemlich katastrophale Szenarien zusteuern. Um das klar zu sagen, aus meiner Sicht nicht auf Szenarien, wo die Menschheit aussterben wird, aber auf Szenarien, wo ganz viel eben menschliche und nichtmenschliche Wesen sehr viel Leid haben werden, weil weite Teile der Welt eben unbewohnbar sein könnten. Insofern viel Krankheit, Flucht, Tod, Gewalt etc. Also das ist die ungeschminkte Realität Stand jetzt. Wenn man aber nur so drauf guckt, wird man depressiv, wird man gelähmt, wird man traumatisiert, kommt Kleiner Anxiety Syndrome oder andere Krankheiten, die ja gerade schon eben langsam benannt werden. Und man muss also sehr wohl auch dahin gucken, wo Hoffnung ist in dem Ganzen. Und da ist ja eben auch eine Menge Potenzial und Hoffnung. Aber wenn man nur auf die rechte Bildseite schaut, dann nimmt man eben auch die reale Situation im Moment nicht richtig wahr. Und man denkt, es gibt Abkürzungen mit super technischen Lösungen oder dergleichen. Also man hat aus meiner Sicht dann nicht das Bewusstsein, was es braucht, um diese Jahrtausendherausforderungen wirklich zuzustellen. Insofern, man muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig rechts und links im Bewusstsein zu haben und nicht als ein Entweder-Oder, sondern möglichst als ein Und. Um das zu schaffen, braucht man innerlich ganz schön Tragekraft. Und diese Tragekraft zu erlangen, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Da kommen wir vielleicht beim nächsten Seminar, wenn Sie da noch mal Interesse haben, mehr da drauf. Der zweite Punkt geht in eine ähnliche Richtung und auch den werden wir beim nächsten Seminar, wenn Sie Interesse haben, eben noch mal ganz anders angucken. Also wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dann geht es immer auch darum, dass man eben eigene Anteile, die man da drin hat, anschaut und nicht versucht, die zu verleugnen, zu verdrängen, zu projizieren, zu externalisieren. Man muss also eine Achtsamkeit auch ausbilden, dafür, für was der eigene Anteil daran ist und die Gefühle, die damit eben verbunden sind, auch immer wieder aushalten. Mehr dazu, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn Sie wollen. Die dritte Komponente, die hat jetzt nicht so sehr mit dem Innenleben zu tun, sondern die hat mehr wirklich mit der Wahrnehmung im Außen zu tun, also der Weltwahrnehmung. Um eben Klimakrise nicht nur denken zu können und wenn man sie nur denken kann, kann man sie eben sehr gut verdrängen und wenn man sie verdrängen kann, dann kommt man nicht ins Handeln. Also um Klimakrise nicht nur denken zu können, sondern in Ansätzen wahrnehmen zu können, braucht man ein anderes Raumbewusstsein als zumindest ich und aber auch viele andere Menschen, die ich kenne, in ihrem Alltagserleben haben. Im Alltagserleben ist es zumindest, ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen war, bei uns in Berlin heute war es herrlich, also blauer Himmel, war richtig, richtig Frühling und im Alltagserleben ist es für mich kein Erleben, dass ich quasi umhüllt bin von einer Atmosphäre, die quasi eine Grenze ausbildet, in ungefähr 12 bis 14 Kilometer über meinem Kopf. Also in meinem Alltagserleben ist da eben ein riesiger offener Raum und dieser riesige offene Raum geht eben in den Kosmos raus und wenn es Nacht ist und es ist eben auch klarer Himmel, dann sehe ich da die Sterne und wenn es Tag ist, sehe ich eben diesen blauen Himmel. Dass da aber eine Grenze ist, die mich eben umhüllt, in 12 bis 14 Kilometern Höhe umhüllt und quasi in einen riesigen gegründeten Raum bildet, an dem ich teilhabe, den ich mitbilde und dass diese Grenze sich aber eben verdichtet, hier kann man sie so ein bisschen sehen, also ja, dieses milchige, dieses sphärische, dieses hauchkörmige, sphärische da im Umkreis, dass die sich eben verdichtet, aber eben auch nur verdichten kann, weil da eine Grenze ist und weil es da eben nicht einfach weitergeht und dass diese Atmosphäre, diese Sphäre, was ist, was wir alle zusammen bilden, ich und die Kühe in den Alpen und das Great Barrier Reef vor Australien, und irgendein Hochmoor in den Anden, wir alle bilden diese Atmosphäre mit durch unser Atmen, durch unseren Stoffwechsel. Wir sind also alle eingebettet in diesem gekründeten, riesigen Raum, der aber eben nicht unendlich ist, sondern begrenzt ist durch Grenzen, die fast nicht materiell sind, so fein sind sie und insofern ist eben auch eine Konzentrationsverschiebung von, ja, Sie alle wissen es, aber ich wiederhole es einmal noch mal, weil das gehört ja zum Thema, also von einem CO2-Konzentrationsgradient von 0,028 Prozent, wie er eben noch Mitte des 20. Jahrhunderts war, zu jetzt 0,042 Prozent. Insofern ist so eine minimale Konzentrationsveränderung eben in dieser Feinstofflichkeit was, was eben eine unglaubliche Wirkung hat, die wir jetzt mehr und mehr wahrnehmen, aber was eben gefragt wäre, aus meiner Sicht wäre ein Bewusstsein von diesem gekrümmten, begrenzten Raum und das können wir denken, wir alle haben es in der Schule gelernt, aber wirklich wahrnehmen, zumindest so in Ansätzen wahrnehmen, das kann ich zumindest nur, wenn ich mich wirklich versuche, dafür zu öffnen und das sind wir eben schon fast wieder bei was Meditativen und bei was Übenden. Und insofern ist oft mein Alltagsbewusstsein auch noch so, vom Kopf weiß ich natürlich anders, aber ich meine jetzt vom reinen Bewusstsein, wenn irgendein Schornstein raucht, dass man denkt, da ist ja nicht schlimm, also das raucht ja einfach da in den Kosmos raus und dann ist es weg. Nee, ist es nicht, wissen wir alle. Das mit dem Raumbewusstsein geht aber nicht nur in diesen sphärischen Raum, sondern das hat auch was wirklich mit einem Raum- oder Grenzbewusstsein im Alltag zu tun, das wir offensichtlich ja eben nicht ausreichend haben, deswegen nehmen wir ja viel zu viel Raum in Anspruch und deswegen gibt es eben Messsysteme, wo man eben versucht, abstrakt zu berechnen, also wie viel Raum, wie viel Raum, Erbraum nehmen wir uns eigentlich und wie viel zu viel nehmen wir uns eigentlich. Wir müssen das abstrakt berechnen, weil wir es eben auch wieder nicht wirklich wahrnehmen. Es ist immer noch ein starkes Wahrnehmungsproblem und deswegen eben, wenn man, Sie kennen das alles, wenn man den CO2-Fußabdruck oder den ökologischen Fußabdruck ausrechnet, dann kann man eben sagen, wir als Gesamtmenschheit verbrauchen so viel an Ressourcen jedes Jahr, dass es 1,7 Erden global betrachtet bräuchte. Um das zu kompensieren. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir haben irgendwie ein Problem, Grenzen wahrzunehmen, den uns zustehenden Raum wahrzunehmen. Und weil wir das haben, ist eben jedes Jahr, also außer in dem Corona-Jahr jetzt, eben der Welterschöpfungstag, der Weltüberlastungstag früher und letztes Jahr war ja am 22. August in Deutschland. Vorletztes Jahr war er aber eben weltweit, Entschuldigung, nicht in Deutschland, weltweit. In Deutschland war er, glaube ich, im April oder Mai. Genau. Also wir haben irgendwie nicht eine wirkliche Wahrnehmung für wie viel Raum wir eigentlich uns nehmen dürften, aber wieder, das ist auch ganz schwer, so eine Wahrnehmung zu haben. Ich will Ihnen ein Beispiel kurz schildern. Das ist ein Auto, so eins habe ich mir vor acht Jahren gekauft. Man könnte sagen, ein deutsches Fabrikat, in Deutschland produziert. insofern ist der Raum, in dem es produziert wurde, klar definiert, nämlich Deutschland und der Raum, wo es jetzt eben steht, meistens steht, ich fahre fast nur noch Fahrrad, aber ich habe es noch, der Raum, wo es steht, ist Berlin, also auch Deutschland. Insofern wieder, also wo ist da ein globales Problem an diesem Auto? Aber in diesem Auto sind ungefähr 15.000 Teile drinnen und die wichtigste Komponente des Eisen, also aus dem Eisenerz gewonnen, kommt bei VW zu 50% aus dem Amazonasgebiet, also kommt eben aus Gegenden, die mal so aussahen und die jetzt aber natürlich nicht mehr so aussehen, weil das muss ja eben in der Tiefe geborgen werden, das Eisenerz. Das heißt also, da wo eben mal Urwald war, grüne Lunge, CO2-Reservoir, sieht es jetzt eben so aus und damit man das Eisen verhütten kann, braucht es natürlich sehr viele Fabriken, die wieder ganz viel Energie brauchen. Wenn dann Staudämme reißen, um diese Energie zu produzieren, dann sieht das so aus. Das heißt also, dieses eigentlich harmlose Auto ist kein in Deutschland nur stehender Raum, sondern in diesem Stück Materie, diesem Stück raumbildender Materie ist Amazonas Erde drin. Und vieles andere. Und wenn dieses Auto jetzt fährt, mit Erdöl, was ja aus Arabien oder so kommt, dann wird eben CO2 wiederum in die Atmosphäre gepustet und sickert vielleicht bis eben nach Amazonien wieder zurück. Ich bin also mit diesem Auto quasi auch global vernetzt, verbunden. Die Materie, der Raum, der in diesem Auto gebildet wird, von zweimal fünf Metern, ist letztlich Materie, die global gebildet und vernetzt ist. Und insofern ist es eine Illusion zu denken, das ist was Deutsches, was jetzt eben vor einer Berliner Tür steht. Vom Kopf wissen wir es alle, aber wir können es immer noch ganz wenig empfinden. Und das ist jetzt das Autobeispiel, dasselbe könnte man mit Fleisch, mit T-Shirts, mit allen möglichen anderen Blütern auch sagen. Also was da drin steckt an Welt und was eben grenzüberschreitend ist und ein ganz anderer Raum ist, als wir wahrnehmen, das ist eben normalerweise im Alltag nicht wahrnehmbar. Nachvollziehbar, nicht? Genau. Der letzte Punkt geht auch in die Richtung, die ich gerade skizziert habe. Also unser Alltagsdenken ist wirklich schwer in der Lage, so etwas Komplexes wie das Klimasystem eben zu erfassen. Wir merken es ja auch gerade mit dem Corona-Phänomen und um Gottes Willen, ich werde jetzt nicht in Corona reingehen, aber es ist immer wieder schwierig, dieses exponentielle Phänomen des Infizierens im Alltagsbewusstsein überhaupt sich denken zu können. Und deswegen ist man immer wieder aufs Neue überrascht. Man braucht eine Form von systemischem Denken, von Chaosdenken, was eben nicht linear ist und was eben im Klimabereich wirklich so feine Wechselwirkungsprozesse umfassen kann, wie es ja im Schmetterlingseffekt schön dargestellt ist. Also dass es wirklich sein kann, dass zwischen zwei Wetterereignissen, die in Mittelamerika stattfinden, es sein kann, dass der Flügelschlag eines Monarchfalters wirklich einen Ausschlag gibt, dass das eine Strudelsystem quasi so viel mehr an Schlagkraft kriegt, an Attraktionskraft kriegt, als das andere, dass es zu einem Hurricane kommt und es wäre eben ohne diese Wechselwirkung nicht dazu gekommen. Also es sind da feinste Wechselwirkungen im Klimabereich tätig, zwischen dem Erdigen, dem Luftigen, dem Wärmeelement und dem Wasserelement. Und das ist nach wie vor so komplex, dass auch die Klimawissenschaftler natürlich nur einen Teil davon erfassen können. Aber es ist immerhin so verstanden, dass das Kipp-Elemente oder Kipppunktsystem mittlerweile gut belegt ist. Und das passt wiederum nicht in unser logisches Denken rein. Also was es eben wirklich sein kann, wenn gewisse Kipppunkte überschritten sind, dass dann im Nachhinein nichts mehr gut zu machen ist. Also wenn der Golfstrom wirklich seine Richtung wechseln würde, dann können wir im Jahr 2040 noch so viel besser werden mit unserer CO2-Reduktion. Dann ist da eben was gekippt, ein Element gekippt, was so viele Nachfolgeeffekte haben wird, dass das eben dadurch nicht kompensiert werden kann, dass wir vielleicht dann vom Jahr 2035 bis 2050 besonders gut CO2 reduzieren. So. Also das denkerisch nachvollziehen zu können, ist auch eine Denktätigkeit, die nicht dem Alltagsdenken entspricht. Und insofern ist es eben wirklich eine ziemlich komplexe Sache, sich dieser Problematik zu stellen. Da sind eben jetzt nochmal diese Punkte aufgeführt. Die gute Nachricht ist, dass das ja eben nicht, das, was ich hier als These beschrieben habe, nicht eine Annaussache ist, also im Sinne von entweder man hat das alles zu 100% ausgebildet oder man kann es gleich klicken, sondern das ist natürlich was Quantitatives im Fluss Sein das ist und dass ganz viele Menschen, die ich im Moment erlebe, eben ganz viel von diesen Qualitäten eben ausgebildet haben. Also da ist ja gerade eine Menge am Passieren und ich würde dieses Phänomen, was da aber, finde ich, gerade im Sozialen bei so vielen Menschen, meistens jungen Menschen, aber nicht nur, wahrnehmbar ist, ich würde dieses Phänomen eben auch einen Bewusstseinswandel nennen wollen. Also da transformiert sich gerade ein modernes Bewusstsein, was eben diese fünf Qualitäten, die ich da beschrieben habe, an sich nicht leisten kann, sondern anders tickt. Also da passiert gerade ganz viel. Die Frage ist nur, passiert das eben schnell genug und sind wir eben auch in der Lage, die Schattenseiten, die da mit drin anzugucken sind, wenn das passiert, ausreichend gut anzugucken. Vielen Dank.